ARD Text im Auftrag von Funk 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 Das rüber zu mir gespritzt, deswegen bin ich umgefallen. Da liegt ein Toter, ach ne, war nur ein Gabelstapler. Du nicht so, als wenn dir das nicht gefallen hätte, ey. Da liegt ein Toter, oh ne, war nur ein Gabelstapler. Scheiße, das habt ihr nicht gehabt. Habt ihr einen lustigen Abgang gehabt. Also ich hab Kura und Ben gefunden. Cool. Weißt du was, juckt mich nicht. Lass, lass mal ganz kurz überlegen, wollen wir es ihm sagen, Rex? Ne, ja. Ja komm, du bist, you are the last survivor, deswegen kommt jetzt einfach ganz krass Alakpa. Ja, pass. Richtig krass, Alter. So Richardco, Alter, das hat er nicht getan. Warum wie wichtig wäre auch, Alter? Durch das Gitter kann man ja durchschießen, na Mensch. Ja okay, das wäre bei mir vor das Intro gekommen, ey. Rex, ich glaub an dich. Das Video will ich haben. Was? Das Video will ich haben. Nur dass es weiß, wenn du diese Szene rausschneidest, ne, dann finde ich dich und bringe deine Mutter um und zwinge dich dazu, ihre Gedärme zu essen. Ne, ne, da wird nichts rausgeschnitten. Das kommt alles so hoch. Das eins, was halt sein muss, ist wahrscheinlich das Video zwei teilen, weil einfach mein Internet zu behindert ist. Hinder! Mach das, also ich mach immer so best off. Achso. Okay, irgendwer kann keine Granaten schmeißen. Weil wenn du das so ganz hoch lädst, dann lade ich das auch so ganz hoch, Alter. Ich werde es komplett hochladen, ungeschnitten. Da bin ich viel zu faul. Komm, Rex, du schaffst das. Rex, meine Butterfee. Ohne Spaß, Rex. Bitte macht das. Boah, du geile Sau, Alter. Wenn ich dich finde, ich schlabber dir deine Rosette ab, ey. Du geiles Vieh, Alter. Danke, danke. Was man hier noch nicht erwähnt hat. Wir spielen hier gerade auf dem New York City. Ja, stimmt. Das müssen wir noch aktiv erwähnen. Er ist in der Beschreibung. Und immer, wenn ihr auf den Server kommt und ein L hier im TS seht. Also solltet ihr auf den Server kommen und ein L ist da. oder auf den TS und ein L ist da. Dann stupst du ihn an oder sagst, ein L ist ein Arschloch. Alles klar. Wisst ihr warum? Weil ein L ein Arschloch ist. Nein, ich bin außerhalb der Map gespawnt. Weil er einfach ein Arschloch ist. Kann man nichts von L rein. Boah. Das war ein schönes, das war ein zweifel Schöne. Kann man hier mal kurz ein L reinmoven, bitte? Nein. Nein. Bitte zu. Nein. Das ist leider unmöglich. Ach, schade. Die Aufnahme soll noch produktiv bleiben, Alter. Wie bitte? Wenn ein L reinkommt, dann ist er nicht mehr produktiv. Echt so. Ey, ohne Spaß bin. Weißt du, wie scheiße ich das finde? Ich hab mir gerade ein Knife gekauft, wollte ich ummessern, weißt du? Und dann gehst du einfach vor mir durch die scheiß Taube recken, ey. Schämst du dich nicht? Ich habe gerade das Spiel gespielt. Welches Spiel? Welches Spiel? Ja, was soll ich angucken? Das Spiel von Lust und Liebe, ja. Auch nachzusehen unter meinem Channel. Ach ja, wir machen was, verlinken wir unsere beiden Channel dann immer? Ja, natürlich. Ja, machen wir. Ich meine, wir sind hier jetzt so Brudis und so. Brutai. Brutai. Er wird wahrscheinlich schön warm in den Anus schießen, ne? Ja. Ja, darauf stehst du, du kleine Schmuchtel. Discom you later, Jan. Wer schießt? Tschüss, Jan. Discom. Hober nicht. Selber. Jetzt werde ich jetzt angesnipet. Stirb. Ja, ja, ich habe aber noch was drin. Ja, ich habe noch was drin. Yes, safe, Alter. So, wer hat sich für einen Anus gechickt, darf man das mal fragen? Andere Frage, wer lebt noch? Ich nicht. Wer weiß, ich nicht. Ich nicht. Jan, du bist der Letzte. Nein. Auch geschädigt. Bist du überhaupt? Zeig dich mal, du Aschloch. Hallo, ich bin tot. Du lebst, die haben dich doch gerade angeschossen. Hä, ich habe aber noch 100. Na, verarscht, die kann nämlich nicht selber, du hast noch. Zeig die, komm, der Moschee. Wenn wir zeigen, kann ich dich außer meinen Schwanz. Zeig mal deine Bolz. Oh Mann. Bolz, Post, Behandlung, sicher, aber alles, Leute. Geh durch doch, Alter. Wollte ich mir gleich das Wacken hängen. Mach ruhig, das frühe ich auch noch. Ich bin nämlich der, du. Du warst, Alter, ich habe dich da schon angesnipert, du Horst. Ja, aber wieso? Du hattest keinen Grund. Wir sind die letzten, du hast survive, du Arschloch. Nein, wir waren doch nicht die letzten, Kura hat noch gelebt. Aber was dann umgeschnietet? Umgeschmiedet. Kura lebt, Kura lebt doch noch. Oh Mann. Also, wenn dein Bruder noch lebt, dann soll er jetzt noch sagen, immer schweigen. Immer? Ja, welcher war froh? Kura, sie dürfen die Frau jetzt küssen, also... Ey, Ben, mute dich mal, das stört die Aufnahme. Ich kann nix für meine Lache. Lass ihn ruhig lachen, Mann. Da war das schon mal kein Komiteant. Och, sag mal, du scheiß Pussy, kommst du auch heute noch? Alter, es gibt mit dir ab. Lukas, ich habe Angst. Ich will mal Teddybären. Kaufe dir einen. Ich darf nicht alle nichts Geld davon kaufen. Alter, der war gut. Was, du bist Traitor? Ja, ich hab's jetzt nicht. Mach's wie Killer, der setzt einfach den... Der setzt einfach den Deta als Traitor, aber... K.O.S. Und hat's auch noch durchgekriegt. Ja, wo bist du Pussy eigentlich schon wieder hin? Weiß ich nicht. Wo bist du denn? Könnte ich dich auch fragen. Ja, nur so als Tipp. Mit dieser Waffe auf die Entfernung wird das, glaube ich, nicht so gut werden. Ich weiß. Das klappt schon unbündig. Mann, ich hab ne AWP, wieso? Achso. Ja, gut. Ich kann mich auch verstecken. Ja, tust du doch hier schon. Ich weiß. Ja, komm, komm. Problem, bloß ich such dich auch noch. Jawohl, denn auf einer Etage, oder was? Ja. Ich weiß ja nicht, wie groß das Ding ist. Klein, ganz klein. Mein Ding ist riesengroß. Ja, meins auch. Ja, aber auch nur unter dem Mikroskop. Außer Fanzetten-Ding. Ey, Ben. Ich hab gehört, du hast eine Wissenschaft. Ich hab gehört, du hast eine Wissenschaft dein Gehirn vermacht. Und die haben das Test damit angefochten. Ja, Mann. Oh, Mann! Life is evil, aber passiert. Boah! Was war das für ein Blubble, Alter? Alter, Jan, kommst du da heute noch hoch, oder was ist da ab, Alter? Hä, ich bin da gar nicht mehr. Aha, Jan kriegt keinen hoch. Aha. Ich kann dir nicht immer helfen, Mann. Ja, aber Jan, muss man dir echt noch helfen, oder was? Ja, Mann, ich kann dir nicht immer helfen. Leg jetzt los. Kura kann ich immer Hand anlegen. Das nennt man Bruderliebe. Oh, Mann! Nein! Das nennt man Bruderliebe. Das nennt man Bruderliebe. Das nennt man Bruderliebe. Das nennt man Bruderliebe.